Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13, die 5-Spieler-Saison, diesmal gegen den Dave. Jo, hallo. Wir reden im Dialekt ab jetzt so. Okay, du musst jetzt wegschauen und ich... Ja, ich sag gestoppt, ja. Genau. Geht schon. Ja, stopp. Bäh. Schweizer Woll. Okay, jetzt muss ich bei dir wegschauen. Ja, ja, warte. Ja, geht schon. Okay, stopp. Okay. Okay, nicht viel besser. Jetzt hat's kurz gehackt, ich hoffe, das wird nicht aus dem Mugl angesehen. Äh, stopp. Luzern. Ja, okay. Okay. Und, naja. Stopp. Äh, sind wir fast gleich stark. Ja, ja fast. Oh ja. Schauen wir, ob die schöne Dressen haben. Ja, naja. So, ich muss kurz umändern. Gleich wieder deine Aufstellung reinhauen. Ja, sicher. Hey, Prangelow. Ich glaub, der war mal gut. Irgendwann. Ja. Kann sein. Wenn du so der Volleyballer warst, du kennst dich wahrscheinlich gar nicht mehr aus. Äh, ich frag immer, wo mein Bruder aber sind, wenn ich Fußballfragen hab. Oh, shit, das ist ja eine schlechte Mannschaft, hey. Ja, meine ist auch nicht viel besser. Der beste Spieler hat 70. Ja, schau. Meine 67. Ah, nein, der hat einen Antritt von 34, den wär ich sicher nicht da. Ich war ein 58er drin, Alter. In der Aufstellung, ey. Ah, herrlich. Ich hab gerade erst gestern gegen meinen Bruder mit einer Halbsternemannschaft gespielt. Das war auch recht lustig. Irland, oder? Interirische Mannschaft. Ja, genau. Aber es geht so fast nicht. Nein, jetzt ist meine Aufstellung nicht gespeichert. Meine auch nicht. Ja, scheiß drauf, Alter. Jetzt hab ich wegen Reden die Aufstellung nicht gespeichert. Ja, egal. Ich spür mit der 5-1-Aufstellung. Nein, das ist ja der Ausblick. Nein, das geht ja aus der Welt. Nein, das nehmt. Die haben das nicht gespeichert. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Man merkt, wie schnell das geht mit dem... Na ja. Ohl, Ruhl, 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 Ruhl. Noll, Ruhl, 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 Ruhl. ... Ruhl, Ruhl. Ruhl, Ruhl. Kassami und mit einer Spitze müssen auch umstellen das so ein Spiel sicher Jo genau Lauf 5 Marot, Mann, 5 Die Boyle Normans sind so der Horror Ja, aber selbst der Messi mit den Spülern und was du sie machen Das ist eine Katastrophe überhaupt in den neuen Impact Engine drin überhaupt nicht wagt überhaupt nicht 10 Minuten beim Dormo-Leaks, den wie ein Upside-Pfiffen wird Na Na Oh Oh mein Gott Oh Oh Das ist Ja, generell Wann FIFA Wann man irgendwas tut oder die Pässe gängen kommen gar nicht mehr an Ja, mit einer Passgenauigkeit von Fuchs ist es halt schwierig Das müsste man mit manuellen Einstellungen spielen mit solchen Mannschaften aus der wie es da abgeht Die spielen nur in mir aus Ja 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 Das ist wie Völker Na, warum steht das so frei da Na, der kann es nicht hochschießen G'scheit, geh Storke Trick das war so gut geklärt von meinem spieler braucht der pause schon so schade wie sich viel verliebt wird von skillspiel zum lagspiel die leute nämlich wirklich gut sein spiel auch immer mit fünf opfer reihung wochen kick und rutsch und die gewinnen heute nicht oder liefen noch fünf minuten das geht ja bei ultimate team geht es zum beispiel nicht als ein bisschen von wir im grunde oder spiel nur von 8 minuten die stimmt es auch so genial für je naja mit dem zu ist umgekehrt er ist er macht es zu er hat Hahahaha Meiner macht halt genau das Hahahaha nur dass ich nun mal mehr Glück gehabt hab viel mehr Glück nun mal Ja mein Gohli hat natürlich auch glänzend pariert ist halt leider trotzdem reingangen Oh Laufholt Oder so geil wir uns anlaufen und dann bleib steh wenn wir den Laufpass spüren Ja das ist das geilste, immer genau wenn wir passen druck, dann bleib steh Oh stark Ja aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe Die nordkoreanische Liga soll es gehen Genau Die haben nicht mehr geschafft, dass die Nationalmannschaft machen beim WM-Spiel Stimmt Da wo der Stürmer gesagt hat, ja er schießt mehr Tore als der Rooney Echt, das ist krass Ich weiß nur, dass da die Hälfte der Spieler verschwunden sind Ja In irgendeiner Mine Ins Mord Jetzt könnte es gefährlich werden Alter Und Was Was Alter Schon wieder Drei Mal in der Anspiel Das von beiden Mannschaften Inser Bläderfeder passiert Ja gut aber Es wollen sie sich bei der Stärken Die sind so bewertet wie Wolfsburger AC In der österreichischen Liga immer Okay Was die Kinder nach einem Aufsitzenden Ball nicht flach passen Nein, sie können auch keinen Aufsitzenden Ball annehmen Das kann man in der Regionalliga in Österreich Das kann ich aus Dorma Hahahaha Hahahaha Aus Volleyball Volleyball spielt der Dorma Ja Bisschen Dorma ich tu ja schon Hahahaha Er läuft ja nicht mal weiter so und beschwert sich vorher wo ich mich diese von ja es gibt ein solcher Seitenwechsel besonderklasse dies war meiner Flanke der Sonderklasse und der Konkurrener der Typ und Schwarzschild wir stehen gut mit dem uns das ist jetzt nicht rassistisch wenn es im Ultimate Team lauter Schwarze als Gegenhaus dann weißt du mal dass der nur am Sprinten ist und dass keine Energie verliert ja das ist ja wirklich so außer Gareth Bale ich meine der ist halt außer Flanken ja das ist sein ja was ist das weißer Schuss ja das ist stark wenn er richtig zum Ball steht nicht komm so jetzt wird einmal ein bisschen was umgestellt ja das hält die Sonne los ich glaub mein Stürmer ist eh der der deppert da jetzt schauen wir wieviel ich bin gespannt wieviel der jetzt gespringt hat nein also die Ausstellung passt eh aber bei mir passt es eigentlich auch ich hab eh ich hab eh 4-4-2 ok 4-3-1-2 bei mir hat es übernummern 72 der 72 Sprint ein Antritt geil so als gibt es auch in Amerika ja anscheinend und der hat 78 Antritt noch so bei mir hat sich die Ausstellung gespeichert warum auch immer haben die das geupdatet oder wieviel ich glaub schon dass das jetzt gespeichert worden weil es sagt ja viel der Scheiß ja aber es war normal nie so auch nicht ja früher war es echt nicht so Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler er will nochmal ja boah das Führungsdor muss her higachs du nimmst dann einmal halbwegs schön an du hast uuut abgefangen hat er da den kipp kipp das ist viel zu passiv naa oh du rennert du naa naa wisse wie messy war das jetzt nur der Schuss war der Scheiß naa nicht zu dem naa naa er strauchelt er wangt aber er geht nicht zu wo das ist ganz gefährlich achto er ist doch gekauft mit dieser heute acht das gibt es nicht es gibt oder den Weg immer vor der Anfänger dabei weil er über 300 Stunden die Funde also viel für 13 ich zu füchern genau woher die Sammung mit Pro Club zu wahrscheinlich so am alt treibend online jetzt in Schweden Wurst sicherlich die Kultusgürt und das sieht nach einer guten nach Wuster Boy Schierig da freut sich der Trainer nach ja der Klinik weil ich glaube der war schon weiter es kommt sie an so ausgebildet so sind zu für die Liebe und jetzt starten sie ein Konter ja aber mit der ich voll aufs Lange zogen warst das war sie aber es hätte glaube ich so wie so hätte man mit der Mannschaft gesparen können von da aufs Lange ok es gibt sie nicht boah na keine Duchen irgendwoher oder Mann und die Götze ja ja und wenn man Deutsch muss ich gespürt ich weiß nicht mehr woher das müssen wir tatsächlich so wie der Franzosen bisher ging er nicht viel zusammen auch hier ist er wiederzustellen das ist ein Stück gewesen alles fest ah fuck na und dann nimmt er sich nicht an oje jawohl weiter komm komm na stark so sinnlos mit denen war der abblock na na der hat sich voll verzogen unter dem schießen ja weiß nicht was das jetzt war ich bin ich bin nicht weiter wie bei uns österreichischen was im Null der Hebrot Spiele für Österreich dort ist er bei Red Bull der Prozess die Gäste das Maßstab nehmen das Spiel wir haben immer mehr den Tod für sechs Jahre für sich sehr Storak Alter, so schön mitgenommen. Oh, der hat 19 Effet. Seit dem Training hat er sich das erarbeitet. Das schaut wie so eine Hobby-Kickerei aus. So viel, ja, passt, versucht man. Und dann lochen halt alle. Na! Da ist in der 86. Das ist die ins Netz. Tja, eine flache Flanke. Zwei eins verdient, da ist der Sieg. Der höchsten im Lauf. Das ist genau die richtige, eine fantastische Flanke. Da hatte die Abwehr über auch keine Möglichkeit einzubeiten. Planke fliegt in den 16er. Und? Ja, haha. Ja, ha. Ja, ha. ich das ist sicher nicht heute auf uns denn nicht niedergewiegst hättest du verstehen sie und es entwickelt sich eine Möglichkeit die anderen wieder aber so 9 die die sowohl aus und wochen und die Entscheidung Natürlich nicht. Jawoll. GG. Scheiße. Ah. GG. Was immer. Bis zum nächsten Part. Euer Partian LP.